So, da kommt man schon mal die ganzen Fressalien reinhauen. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Holz. Die Achse ist auch fast wieder empty, das ist nicht so toll. Die Sonne heißt aber auch nicht besser, ne? Fällt mir grad so auf. Ne, ne, nix einpflanzen hier. Wir brauchen Truhen. Fechtenhaus, sehr gut. Darf nur noch einen. Ja. Mhm. Das ist aber auch nicht richtig, was ich hier mache. Der in der Mitte ist gar nicht so falsch, wenn ich es mal so auch nicht reinlegen will. Das geht sich hier nicht aus, das ist eher viel zu ruhig. Ich weiß noch nicht, wie ich das oben mache. Ich weiß noch nicht, wie ich das oben mache. Ich weiß noch nicht, wie ich das oben mache. Ein Eisen und ein Mutz. Das können wir nur hin. Ich würde gerne nach Alaska kommen. Das wäre cool. Oder das Leid. Das mag ich persönlich ganz gerne. Okay, das muss ich jetzt noch mal schießen. Das ist normal. Das ist ein Büro. Ha, Glasscheiben können wir nicht. Da läuft nichts. Das bringt aber jetzt noch die Erneuerung. Die zwei. Das wird noch ganz, ganz, ganz knapp. Mit der Nahrung. Ich meine nur, wenn das hier wenigstens mal erwachsen wäre. Aber 57. Da hört mir hier noch ganz lange drauf. Hm. Hm, hm. Was ist das? Das brauche ich sogar so ohne. Da kann ich die Farbe malen, oder? Was ist das? Millionenkerne? Nee. Und da. Und da. Brumm. Dann holen wir mal alle da rein. Tja. Die haben sie aber noch nicht eingepflanzt, oder? Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nicht schlecht. So. Und hier. Zack, zack, zack. Machen wir den Aufgang hin. Dafür brauchen wir nur Steinchen. Zack, zack. Nein, das wird ja nun auch ein Wett. Das wäre ruhig. Doch, leider haben wir den Aufgang. Die sind nicht nicht. Der hat auch wenigstens. Das wird jetzt ein Wett. Es wird nämlich richtig gängigt. Das ist so. Die Zütturm. Ja, das ist eine Landwiede-Geschichte. Ja, das ist eine Landwiede-Geschichte. Ja, die Baustoffe. Ja, ich hab leider auch nicht genug, bis ich jetzt eine Etage drücke. Da drauf saßen unten. Hm. Jetzt mach ich erstmal das Häuschen fertig. Oh, das gibt's auch hier. Super geil. Das geht mal ja nicht. Egal. Jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen Lust. So. Hm. Baustoffe unten sind natürlich nicht schlecht. So, jetzt sollte ich die Frage nach oben gehen. Ja. Ja. So, jetzt sollte ich die Frage nach oben gehen. Wie geht sie selbst? Oh. Ich möchte sie ja jetzt nicht so umsichtigen. Hm. Das ist jetzt die Frage. Ah, das wird ja nicht mehr mal eingehen. Hm. Was brauche ich denn, eine 3er hier? Wie kann es sich ausgehen, oder? Wenn man sieht, werde ich genau, du musst dann nur noch der Boden raus. Das heißt aber auch hier funktioniert das dann, für die nächste Etage. Jetzt machen wir jetzt mal raus, dass es gut geht weg. Hm? Ja. So. Dann kann man hier gehen, hier gehen. Das muss ich eh ausbauen. Dann können wir auch schon mal eine untere und andere Etage machen. Warte schon, wenn wir noch nicht mehr zacken wollen wir noch. Also, 4 Stück. So. 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 Aber das Glas, das ist bunt. Das verbindet sich ja immer wieder. Ich brauche mal Schläpps. Und den finde ich nicht. Schläpps. Damit die sich nicht miteinander verbinden. Weil dann müsste das ja auch ganz gut funktionieren. Zack. Ich habe das hier nicht. Zack, zack. Ja, das ist sehr gut. Scheiße. Ein bisschen aufpassen. Ja, aufpassen. Ich habe das noch nicht gesagt. Ich habe das noch nicht gesagt. Ja, ich habe das noch nicht gesagt. Ich habe heute viel zu tun. Ich habe heute noch mehr Sache. Hm, schau mal noch. Gehen wir mal pennen. Tief? Eieiei. Hm. Wie schaut so ein Feld aus? Wahrscheinlich haben wir noch nicht so lange. Nee. Das mit dem Weizen, das ist schon gut da. Das Papier jetzt mal da rein. Das Papier jetzt mal da rein. Es geht sich auch nicht aus hier drüber. Egal, egal. So, dann hätten wir es da. Schon mal zu. Ich könnte hier oben so mal Slabs nehmen. Aber nun habe ich kein Glas, ne? Ähm. Das passt schon. Aua. Ja, wir konnten es. Wir konnten, ne? Wollen wir das hier mal zu? Ja. 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 Ja.